Da bin ich nicht beim Australier. Da steht wieder ein Wenderball. Bis auf Italien immer nach der Gruppenphase bei Endstation. Mit den Gruppengegnern Schweiz, Serbien, Brasilien und der Ähnliches auch 2022 kommen. Wenn die den Ball schnell bewegen können, dann haben sie natürlich die Möglichkeit aufgrund ihrer Körperlänge, weil kleiner gewachsen als der Gegenspieler sich mit schnellen, wendigen Drehungen dort auch Lösungen auf engstem Raum zu verschaffen. Das kannst du dann auch in der Regel nicht verteidigen. So, ja, draußen links wird gewartet. Und geht auf die andere Seite. Und auch hier, das kannst du nicht verteidigen. Weil die Bewegung ist zu schnell von Lee. Der Profi aus Mainz. Kim Onanakoff bei Phil. Der Superstar. Der Superstar. Die Entwicklung über links. Das Klasse einlaufen. Dann Onanakoff. Reaktion schnell, weil die Flanke wird ja abgefälscht. Und zwar Richtung Tor. Und dann bist du am Boden. Und so schnell kommst du nicht hoch. Obwohl, da komm. 43. Die zweite für den Gast aus Afrika, der das erste Testspiel gegen Usbekistan auch hier in den Soul in diesem Stadion durchgeführt hat. Also die sind nicht jetzt nur für diese Partie mal von Kontinent zu Kontinent, sondern das muss natürlich ein bisschen sehr... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020